Musik Trainer, du sagst, jeder von uns ist ein unbegrenztes Energiebündel. Dies kann ich einfach nicht verstehen. Michael, darüber solltest du nachdenken und es tief in deinem Unterbewusstsein verankern. Ich komme mir wie der Gockel vor, der einen Adler zum Freund hatte. Ein Bauer hatte seiner brütenden Henne ein Adlerei untergelegt. Nach der Ausbrützeit schlüpften mehrere Küken und auch ein kleiner Adler. Der Adler wuchs mit den Hühnerküken auf und benahm sich auch wie diese. Als er größer wurde, gewann er den Hahn, sprich den Gockel, zu seinem Freund. Eines Tages erblickte er einen großen, mächtigen Vogel am Himmel. Voller Staunen und Begeisterung verfolgte er die Kreise dieses großartigen Vogels. Neugierig fragte er seinen Freund, den Gockel, nach diesem seltsamen Wesen am Himmel aus. Sein Freund erklärte ihm, dieses alles kannst du auch und noch viel mehr. Du kannst um die ganze Welt fliegen und alles wird zu deinen Füßen liegen. Doch unser junger Adler konnte es nicht glauben. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, argumentierte er. Ich glaube, du willst mich loswerden. Junger Adler, begreife doch, du wirst mich verlassen und ich werde traurig sein. Aber es ist deine Bestimmung. Da glaubte ihm der junge Adler, setzte seine Flügel ein und flog höher und höher. Auch du bist ein Menschenadler. Deine Flughöhe ist unbegrenzt. Und das ist deine Aufgabe. Denke über diese Parabel nach und setze sie auf dich um. Setze dich in eine ruhige Ecke und denke eine Woche lang fünf Minuten an diese. Bist du ein Huhn oder ein Adler? 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 Bist du ein Huhn oder ein Adler?